Wenn Sie feste DIN A6 Materialien haben, die Sie mit losen Materialien kombinieren wollen, dann empfiehlt sich diese offene Ordnerbox und in ihr verbergen sich viele Möglichkeiten. Durch diesen Clip können Sie Ihre CD platzieren. In die verschiedenen Mechaniken heften Sie Ihre festen DIN A6 Inhalte. Es gibt auch Platz für Ihren Stift. Dazu eine weitere Möglichkeit, Quick Notes anzubringen. Und das besondere Highlight ist der Mini-Ordner in Ihrer offenen Ordnerbox, mit dem Sie Ihre Inhalte noch einmal gebündelt mitnehmen können.